Immer noch freudig, ich weiß nicht, wie viel das Pokémon hat. Es müssen hunderte sein. Und der Sieger der Einladungsgasse F, Werner Franz. Bitte schön. Vielen Dank für einmal, Herr Laufbücher, für die Super-Fort-Kampf-Grace Nr. 7. Herzlichen Dank den Namen von der Galerie A. Kaufhof aus Mannheim, unsere Türkehörs. Dankeschön. Das war's. Auf Wiedersehen.